Ist die Porsche Holding womöglich über 50% unterbewertet? Genau das legt eine aktuelle Kalkulation nahe, wenn wir mal analysieren, welche Vermögenswerte eigentlich in dieser Holding stecken und mit welchem Preis diese Holding aktuell an der Börse bewertet ist. Und daraus ergibt sich eine Differenz von über 100%, die der Kurs aufholen könnte. Ich möchte mal darauf schauen, woher diese Berechnung stammt, was da drin steckt und wie es überhaupt sein kann, dass es zu einem so deutlichen Bewertungsabschlag führt und ob das jetzt für Anleger spannend ist oder eher nicht. Ja, die Porsche SE oder die Porsche Holding ist wohl eine der Aktien, die mit am meisten für Verwirrung gesorgt hat in der Vergangenheit, da viele dachten, sie investieren in den Automobilhersteller, in die Marke Porsche. Aber bei dieser Holding investieren wir erstmal nur in eine Beteiligungsgesellschaft und bis vor kurzem waren dort im Wesentlichen Beteiligungen an der Volkswagen AG enthalten, die wiederum bis vor kurzem komplett Porsche als Tochter im Konzern hatte. Nun ist allerdings auch die Porsche AG an die Börse gegangen. Das heißt, wir haben nur den Automobilhersteller Porsche an der Börse, wir haben Volkswagen an der Börse, noch mit anderen Marken wie Audi, Seat, Skoda, Lamborghini etc. Und wir haben die Porsche SE, an der ganz zentral noch die Eigentümerfamilien Porsche und Piech beteiligt sind und da auch die Stimmrechte halten, die wiederum im Kern Aktien von VW und Porsche halten. Schauen wir mal auf die Kursentwicklung, dann sehen wir, dass die Porsche Holding sich tatsächlich ziemlich gleichauf mit der Volkswagen Aktie bewegt. Das ist erstmal auch nicht verwunderlich, denn bis vor kurzem war eigentlich nur die Volkswagen Beteiligung die relevante. Seit dem Börsengang von Porsche selbst ist die Porsche Aktie auch weiter gestiegen. Trotzdem verfolgt die Porsche SE eher vor allem den Volkswagen Aktienkurs. Hier sehen wir mal das Portfolio der Porsche SE. Wir sehen, hier sind noch viele kleinere Beteiligungen. Wir werden aber auch gleich sehen, dass diese wirklich fast vernachlässigbar im Wert sind. Und wir sehen, dass hier 31,9% des Grundkapitals von Volkswagen in dieser Porsche SE stecken. Und hier geht es dann vor allem um die Stammaktien. Und auch bei dem Automobilhersteller Porsche sind hier Stammaktien in der Porsche SE, was dann wiederum 12,5% des gesamten Grundkapitals von der Porsche AG entspricht. Hier gibt es immer die Unterschiede zwischen Stammaktie und Vorzugsaktie. Die Stammaktie enthält ein Stimmrecht und ist in der Regel bei beiden Aktien etwas teurer als die Vorzugsaktie. Hier liegen eben die teureren Stammaktien drin. Stellen wir uns vor, wir würden die gesamte Porsche SE kaufen. Und machen wir dazu eine Enterprise Value Betrachtung. Das heißt, wir verkaufen all unsere VW-Aktien, wir verkaufen all unsere Porsche-Aktien und von dem Geld zahlen wir all unsere Verschuldung zurück, sodass wir eigentlich nur noch Geld auf dem Konto liegen haben in diesem Konstrukt. Dann würden wir auf 32,6 Milliarden Euro kommen. Tatsächlich kostet die Porsche SE-Aktie an der Börse aber nur etwa 16 Milliarden Euro. Das ist die Börsenbewertung und daraus ergibt sich ein Bewertungsabschlag von 51%. Umgekehrt, wenn man sich die Frage stellt, was passieren würde, wenn man von diesen 16 Milliarden auf 32 Milliarden klettert oder so gleich darüber, würde das eine über 100%ige Kurschance bedeuten, wenn eben dieser Preis, den man aktuell zahlt, sich diesem intrinsischen Wert annähern wird. Und der Vorstandsvorsitzende der Porsche SE, Hans-Tieter Pötzsch, hat auch gerade gesagt, ein gleichermaßen für Investoren wie auch für uns im Vorstand der Porsche SE bedeutendes Thema ist der Abschlag in der Bewertung unseres Unternehmens gemessen an der Marktkapitalisierung. Diesen Discount des Börsenkurses im Vergleich zum Nettovermögenswert sehen wir als nicht gerechtfertigt an. Das Bild wird womöglich übrigens noch spannender, weil man sich anschaut, dass ja die Porsche SE an Volkswagen beteiligt ist, das wiederum eine sehr signifikante Beteiligung noch an dem Porsche Automobilhersteller hält. Und allein die Beteiligung, die VW hält, ist mehr wert, als VW aktuell an der Börse wert ist. VW hält etwa 75% der Anteile und das entspricht gerade einem Börsenwert von 76 Milliarden Euro. VW selbst ist nur 72 Milliarden Euro wert. Aber VW ist auch noch verschuldet, also auch in dieser Enterprise-Value-Betrachtung, das würde es noch etwas in den Kontext setzen. Aber das zeigt auch, dass tatsächlich der Wert vom Porsche als Automobilhersteller sowohl einen Großteil des Wertes vom VW-Aktienkonzern rechtfertigt, als auch von der Porsche SE. Ausführlicher habe ich diesen Punkt nochmal auf Strategy Invest beschrieben. Es drängt sich jetzt die Frage auf, wie es zu einer so deutlichen Unterbewertung kommen kann. Und da gibt es in meinen Augen viele unterschiedliche, einige überzeugendere und weniger überzeugende Erklärungsansätze. Einen nennt der Vorstandsvorsitzende selbst und sagt, die Analysten beziehen sich meistens darauf, dass die Verschuldung der Porsche SE den hohen Abschlag erklärt. Aber selbst wenn man die Verschuldung einkalkuliert, bleibt ja ein relativ hoher Bewertungsabschlag. Das ist also in meinen Augen, zumindest wenn man von dieser Kalkulation ausgeht, wo die ja schon inkludiert ist, kein überzeugendes Argument. Ein anderer Ansatz ist, dass gegen die Porsche SE noch Klagen erhoben werden, die gegebenenfalls zu Zahlungen führen könnten, die gebildete Rücklagen wiederum übersteigen könnten. Auch dazu bekommen wir allerdings Informationen von Porsche SE selbst. Aber hier gab es eine Klage, wo es darum ging, ob eine Marktmanipulation vorgelegen hätte. Das wurde allerdings Ende September zurückgewiesen. Man hat einen Einspruch eingelegt. Aber es ist durchaus fraglich, ob es hier überhaupt zu einer Verurteilung kommt und ob die Streitsumme von 5,4 Milliarden Euro dort ansatzweise erreicht werden würde. Und dann gibt es noch ein Schadensersatzverfahren im Zusammenhang mit der Diesel-Thematik, also dem Abgasskandal. Und hier liegen die Forderungen auch nur bei unter einer Milliarde Euro. Also ist natürlich nicht wenig, aber erklärt auch noch nicht diesen Bewertungsabschlag. Und auch hier sagt die Porsche SE, was soll sie auch anderes sagen, dass sie das eher für unbegründet hält. Aber auch hier gab es schon abgewiesene Klagen. Ein anderer Erklärungsansatz könnte ESG-seitig sein. Denn es gab tatsächlich Meldungen Ende letzten Jahres und man findet beispielsweise auch da Aussagen oder Aktionen von der DK, also einer Fondsgesellschaft, die gesagt hat, dass sie nicht mehr in Volkswagen investiert, in ihren nachhaltigen Fonds zumindest. Da es gerade von der US-Ratingagentur MSCI, Anschuldigung, wegen Zwangsarbeit in der Geschäftstätigkeit und zwar in einer Fabrik in China gab. Ich habe das auch mal bei MSCI nachgeprüft und dann aber auch auf die Porsche Automobil Holding bezogen. Und wenn man sich das mal anschaut, dann sehen wir auch hier tatsächlich in Rot und auch Orange und Gelb, dass hier einige Faktoren negativ ausschlagen, zumindest nach diesem MSCI-Rating. Rein inhaltlich hat VW dann auch ein Statement veröffentlicht, alles abgestritten. Es gibt jetzt auch andere Ratingagenturen, die darauf hinweisen, aber unabhängig vom Inhalt wäre die These, dass trotz eigentlich besserer Fundamentaldaten einige Fonds und auch Anleger damit nicht investieren oder nicht investieren können und es deswegen Bewertungsabschläge gibt. Zentral aber für Volkswagen. Es erklärt also noch nicht wirklich die Differenz, warum dann VW auf der einen Seite scheinbar mehr wert ist, als es in der Porsche Holding wert ist. Auf der anderen Seite gibt es hier eben auch ESG-Abstrafungen bei der Porsche SE. Aber sie würden den Bewertungsabschlag in meinen Augen nur dann erklären, wenn die Porsche SE überproportional stark von diesen ESG-Abstrafungen betroffen wäre und danach sieht es in meinen Augen nicht aus. Und ich glaube auch nicht, dass der Effekt von ESG-Fonds, von nachhaltigen Fonds, heute schon so stark ist, dass er so hohe prozentuale Abweichungen erklären kann. Ein anderer Erklärungsansatz könnte sein, dass Porsche und VW eigentlich völlig überbewertet sind. Auch das erklärt aber nicht ganz, warum sie dann an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich bewertet sind. Und sie verdeutlichen aber zumindest ein Risiko, denn natürlich kauft man sich in dieser Holding dann womöglich diesen Bewertungsabschlag ein. Man kommt günstiger indirekt in die Beteiligung an VW und Porsche. Wenn der intrinsische Wert aber auf Null sinken sollte, wenn beide Unternehmen in fünf Jahren wertlos sind, wovon ich nicht ausgehe, wo es sicherlich auch einige Tesla-Aktionäre vielleicht gibt, die sagen, genau das wird eintreten, dann bringt einem natürlich auch der Abschlag nichts, wenn man am Ende einen Wert von Null Euro hat. Wobei auch da kann man natürlich durchaus diskutieren, ob wirklich auch alle Marken und ob da wirklich am Ende ein Wert von Null steht oder ob es nicht immer noch einen gewissen Restwert gibt oder vorher verkauft werden könnte. Das zeigt aber ein Risiko. Es wird dann eben auch als Kritikpunkt ausgelegt, also beispielsweise im Manager-Magazin war das ein Kritikpunkt beim VW-CEO. Warum denn VW eigentlich gar nicht viel mehr wert ist an der Börse als eben die Porsche-Beteiligung, auch wenn da die Schulden außen vor gelassen wurden. Und ich glaube, diese Börsenbewertung muss man sich anschauen, aber auch diese erklärt für mich nicht wirklich diesen Abschlag von der Bewertung der Aktienunternehmen direkt und von der Bewertung der Holding. Der andere Erklärungsansatz, der mir schon etwas besser gefällt, ist, dass wir einfach einen Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis haben und das haben wir gerade hier. Wir haben nämlich auch aus Governance-Sicht ein ziemlich kompliziertes, vielleicht sogar abschreckendes Konstrukt. Wir haben hier erstmal drei börsennotierte Konzerne, auch allein schon mit Verwechslungspotenzial, wo man sich jetzt am Ende wirklich an Porsche selbst beteiligt und dann hält VW noch Porsche-Beteiligung. Also gefühlt ist jeder an jedem irgendwie beteiligt. Dann gibt es mächtige Eigentümerfamilien, die die Stimmrechte zu großen Teilen auf sich vereinen. Auch VW, ein durchaus politischer Konzern, auch mit Staatsbeteiligung. Also ein ziemlich komplexes Geflecht, von dem man als Aktionär auch irgendwo abhängig ist, weil man hier eben Geld reingibt und hofft, dass vielleicht Werte gehoben werden. Die definitiv vorhanden sind. In der Theorie sieht man diese Unterbewertung, aber in der Praxis sind wir davon abhängig, dass hier auch Großaktionäre daran beteiligt sind und hier auch ein paar Dinge initiieren können, wie beispielsweise den Porsche-Börsengang. Die können für uns gut laufen, die können für uns schlecht laufen, aber es schafft eben eine Abhängigkeit und einen Unterschied von dem, was wir in der Theorie sehen, zu dem, was in der Praxis dann wirklich passiert. Der andere Erklärungsansatz ist, dass es einen Holding-Abschlag gibt. Diesen kann man tatsächlich an der Börse beobachten. Anleger beteiligen sich am liebsten direkt an einem Unternehmen und nicht an Unternehmen, die sich wiederum an fünf anderen Unternehmen beteiligen. Anleger möchten am liebsten selbst entscheiden, wohin das Geld fließt. Auch schafft so ein Holding-Konstrukt immer eine gewisse Komplexität und manchmal eben auch Abhängigkeiten, wie in diesem Fall. Deswegen gibt es in der Regel einen Holding-Abschlag, wo man sagt, eine Holding-Gesellschaft ist eigentlich nie so viel wert wie die Summe ihrer Beteiligung, sondern immer etwas weniger, auch weil man sagen kann, dass es eben nicht ganz einfach ist, diesen Wert zu realisieren. Nehmen wir auch mal dieses Beispiel, wenn jetzt sofort alle Aktien auf den Markt geworfen werden würden, dann würde sicherlich auch das einen gewissen Preisdruck auslösen und dieser theoretische Wert nicht zu 100% realisiert werden können. Deswegen gibt es einen Holding-Abschlag. Das halte ich auch für eine sehr plausible Erklärung, beziehungsweise können wir erstmal objektiv festhalten, offensichtlich gibt es hier einen großen Abschlag. Und ich glaube, allein durch dieses Holding-Konstrukt ist da auch schon ein gewisser Teil zu erklären und einen gewissen Holding-Abschlag wird es immer geben. Es wäre also utopisch zu glauben, dass wir wirklich auf diesen intrinsischen Wert klettern. Und der letzte Erklärungsansatz, den ich auch durchaus für plausibel halte, nachdem ich die anderen Ansätze geprüft habe, ist, dass wir eine gewisse Irrationalität erleben. Vielleicht ist es für Außenstehende schwer zu durchschauen, vielleicht auch von außen noch komplexer, weil man auch im Ausland sitzt und gar nicht genau weiß, wie ist das aufgebaut. Und man muss sich hier auch erstmal reindenken, um überhaupt diese Bewertungen zu verstehen. Aber das könnte durchaus sein, dass wir hier vielleicht ein Beispiel erleben, wo Märkte nicht ganz effizient bepreisen. In jedem Fall eine Herausforderung für die Effizienz-Markthypothese. Und in dem Sinne könnte auch eine Irrationalität gegeben sein, was ja wiederum für Anleger eine Chance wäre, wenn wir die These haben, dass diese Irrationalität oder die Höhe des Bewertungsabschlages mit der Zeit abnimmt, und entsprechend wir einen steigenden Kurs bei der Porsche SE erleben werden. Ich halte diese These durchaus für nachvollziehbar und überlege selbst, das zu machen. Disclaimer, das ist keine Anlageberatung und du musst da die Chancen und Risiken immer selbst prüfen. Und um auch die Risiken ganz klar zu benennen. Wir sind hier von anderen Menschen auch abhängig, von diesen Großaktionären. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch das Risiko, dass wir uns beteiligen. Dann könnte sich der Wert vielleicht irgendwann dem intrinsischen Wert annähern. Wenn jetzt aber über die nächsten ein, zwei Jahre die VW-Aktie massiv fallen würde und auch die Porsche-Aktie massiv fallen würde, dann würde uns das wahrscheinlich wenig bringen. Beziehungsweise dann könnte allein das auch diesen Bewertungsabschlag, den wir gerade erleben, auflösen. Also das sind die Risiken, die man auf jeden Fall wissen sollte, bevor man auch denkt, das sei hier eine risikofreie Rendite, die man sich damit einstreicht. Und wir wissen ja auch nicht, wie lange das dauert. Also wer hier ein Investment eingeht, der sollte Geduld mitbringen, denn wir erleben gerade vielleicht einen irrational hohen Bewertungsabschlag. Aber wir wissen ja nicht, wann die Börse bereit ist, das Ganze aufzulösen, wenn sie es dann sein sollte. Ich finde das Chance-Risiko-Verhältnis ehrlicherweise gar nicht so schlecht. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie man VW und Porsche selbst einschätzt. Ich finde zumindest die VW-Aktie gerade schon recht günstig bewertet. Die Porsche-Aktie wiederum finde ich eher fair bis etwas teurer bewertet. Aber im Mittel könnte man sagen, vielleicht insgesamt eine relativ faire Bewertung der Beteiligung, wie sie hier drin stecken. Denn was natürlich auch sein könnte, um die Chance auch zu benennen, VW und Porsche könnten ja auch noch weiter steigen. Dann würde der intrinsische Wert auch noch weiter steigen. Das würde dann auch das Kurspotenzial der Porsche SE heben. Wenn Porsche und VW fair bewertet sind und der Wert vielleicht einfach nur mit dem Markt steigt, dann wäre die Chance, dass die Porsche SE diesen Holding-Abschlag oder generell diesen Bewertungsabschlag verringert und allein dadurch eine Kursrendite entsteht, ohne dass VW und Porsche als Automobilhersteller dafür outperformen müssen. Wenn VW und Porsche um 30% fallen würden, dann könnte man vielleicht sogar argumentieren, dass dann erst der Wert der Porsche SE fair erreicht wäre. Also vielleicht hat man da so einen gewissen Sicherheitspuffer, den man sich einkauft. Und das Worst-Case-Szenario wäre, wenn einfach diese Irrationalität bestehen bleibt. Es gibt weiter diesen Bewertungsabschlag. VW und Porsche fallen vielleicht sogar. Und dann könnte auch die Porsche SE noch leicht fallen. Auch das wäre denkbar. In jedem Fall aber ein ziemlich spannender Case, wo ich gespannt bin, wie das Ganze ausgeht wird. Ich überlege mal, ob ich da eine kleine Position aufbaue oder mir das von der Seitenlinie beobachte. Aber ich finde das insgesamt schon ein positives Chance-Risiko-Verhältnis. Lass mich aber gern wissen, was du dazu denkst. Vielleicht gibt es auch noch Erklärungsansätze, die ich übersehen habe. So einen Beitrag gab es übrigens als allererstes auf strategyinvest.de. Und für die Mitglieder dort, schau dort gern vorbei. Da gibt es ja auch noch ein paar andere Schwenks. Beispielsweise, wie wertvoll eigentlich die Porsche-Beteiligung ist, die VW selbst hält. Und auch VW habe ich dort schon mal ausführlich in der Aktienanalyse gehabt. Kannst du dir dort auch gerne anschauen. Ansonsten viel Spaß mit anderen Videos auf diesem Kanal. Ich freue mich über alle positiven Bewertungen, die mich und diesen Kanal hier unterstützen. Vielen Dank dafür. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.